Hallo Pferdeleute! Mit dem Hinlegen, das kann man ja ganz geschickt machen. Dadurch, dass die jetzt Winterfell haben, wollen die sich natürlich gerne hinlegen. Jetzt klopfe ich hier, klopf, klopf, klopf. Sie will sich ja sowieso klopf, 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 down, macht Platz und tadaa, Trick geklappt. Letztes Jahr hatten wir ihr das ja beigebracht, jetzt im Winter haben wir das nicht so gemacht. Und so kommen wir wieder rein. Übrigens ist es jetzt so, dass der Zirkuskanal ein bisschen zum Hundekanal wird. Also da werden auch noch mal Zirkusvideos kommen. Aber wir haben ja jetzt einen neuen Hund. Ich mache ein Praktikum in der Hundeschule. Und die Hundetrainerin erzählte auch immer mal was in dem Kanal des Verhaltensbiologin. Und in dem Turnierkanal, da sind eure Wunschvideos, weil ich so woanders keinen Platz hatte. Also fein. Schön Sitz. Oh, keinen Sitz gemacht. Sitz kann sie eigentlich. Down, Platz. Ach, ich habe zwei Hunde. Der eine geht mit Down, der andere geht mit Platz. Jetzt weiß ich überhaupt nicht mehr, was ich will. Also im Turnierkanal sind halt die Skala der Ausbildung. Bleibt unten mit dem Kopf. Nein, 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 ich habe Angst um meine Finger. Skala der Ausbildung habe ich da gemacht. Was macht man, wenn mein Pferd rennt? All das, was ihr euch gewünscht habt, habe ich da mal in den Turnierkanal gepackt. Dann tue ich euch entweder in die Infobox oder hinten in den Abspann. Vielleicht auch als Playlist. Muss ich mal gucken, wie viel Plätze ich habe. Und das Pferd ist wieder. Mal gucken, wenn ich mich drauf setze. Ah, das ist immer so gierig. Totes Pferd. Du bist ein totes Pferd. Du kannst gar nicht die ganze Zeit nach dem Leckerli greifen. Geh mal jetzt einen Platz hin. Äh, einen Sitz. Mein Gott, was rede ich immer. Sitz. Super. Super. Das ist das rauszögern. Fein, wenn man das Sitz beibringt. So, geht es dir jetzt besser? Du hast ganz schön geschwitzt. So ein warmes Wetter. Mit so viel Winterfell. Jetzt kann die junge Dame fressen gehen. Ich will aber nicht. Können wir nicht noch ein paar lustige Sachen machen? Fein, ihr geht. Dann danke fürs Zuschauen. Ich erspare euch das jetzt, wenn die Larissa den Sattel zur Sattelkammer tragen muss. Habt einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Tschö.